Don't you ever say, I just walked away, I will always hunt you. Okay, we're left around! Park, problem? Warten wo? Uh, Slack-Schaden bringt viel gegen die, oder? Alles bringt viel gegen die. Gyrocopter, pass auf. Was sagst du? Gunloader im Nahkampf killen. Ist voll die schöne Stimmung hier. Beruhigend. Das ist ein Iron Loader. Oh, da schimmelt mich gerade an. Ah, der ist resistent. Shitty, shitty, shitty. Aha, das zieht viel mehr. Scheiße, hab ich gar nicht gemerkt. Aua! Julian! Frontal-Zusammenstoß mit dem Exploder ist nicht geil. Wechsel mal kurz auf den 3-Schuss-Sniper. Sniper. So, weg. Ah, auch weg. Hast du die ganze Zeit versucht, die Gyrocopter runter zu schießen? Äh, hab ich schon zweimal runter geschossen, das Spot nach. Oh. Oh. Na komm, ich mach mal die Quest weiter. Weiß gar nicht, ich kann noch irgendwas du gerade machst, aber... Wir Claptrap treffen. Da sind wir jetzt schon. Du? Oh. Oh! Oh, richtig. Du bist ja kein Hyperion-Roboter. Das vergesse ich manchmal. Ja, so geht's, wa? Müsst du mal wieder dem Kabel folgen? Nein. Da war ein Schalter, ne? Julian? Auch friendly. Oh, du hast dich über die Sicherheits-Mauer geschafft, ne? Das ist nicht... Nein. Pack mal die Elektro-Sniper aus, ne? Mach das. Rennen grad weg. Geht doch nicht. Paketenwerfer, komm her. Irgendwie brauch ich Muni. Komm her. Wird dich kalt, Alter. Nicht du. Warm. Aua. Ich sollte die Jetloader abknallen, oder? Bin grad dabei. Okay. Da lauf ich weiter. Hol mich mal bitte. Okay, ich krieg's was auch hier. Ja, ich auch. Ich geh kurz nen Constructor töten. Das hat irgendwie was, wenn... Warlorder ist übrigens One-Hit. Das ist ein Scherz. Das ist ein Scherz. Komm, 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 komm. Was? Ne, das ist ein Scherz. Guck dir mal das live von dem Constructor an. Hättest du was gesagt? Guck dir das live vom Constructor an. Das ist richtig, 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 richtig scheiße. Ich hab noch... Hast du nen Constructor gekillt? Noch nicht. Alter, der hat doch gar kein Strich Leben mehr. Null. Ich hab keine Munition mehr. Ja. Ja, das Problem hatte ich auch gerade. Und ich hab auch fast keine Munition mehr. Down. Ja, war jetzt nicht schwer bei dem Leben, das ich übrig gelassen hab, ne? Oh. Lol. Das war jetzt scheiße. Ich brauch life, Alter. Ich brauch life. Da kann ich das Ganze live nehmen. Da liegt noch. Wo liegt noch? Dahinten. Ja, Muni. Muni, Muni, Muni. Hier liegt live. Okay, zwar. Ah, das sind noch übrigens, ähm... Ja, dann fick ich hier Reparatur-Boards. Ja, dann töts sie halt. Vor allem keine Sniper-Amonie mehr, ne? Hab ich noch. Kann's mir wohl nicht geben. Noch nicht. Und auch sonst nicht. Hab ich hier umgelegt? Nee. Kann ich nicht mehr verkaufen gehen, ne? Könnt ihr ihm jetzt weh tun. Eventuell. Aua. Aua. Ich kill grad nen Hyperion-Sniper. So. Können weiter... Oder auch nicht. Hier liegt Leben, hier liegt... Klagleben. Lass mir den einen übrig. Entschuldige mir selber. Ja, dann hol ich mir den hier. Können wir nicht weiter? Denk schon, oder? Worauf wartest du? Keine Ahnung. Also mach halt Apigila, oder die ich killen will. Alter, wie die draußen rumschreien. Uhu! Wer hat's auch? Komm, 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 komm. Ja. Weg. Verreckt oder überlebt? Ich hab überlebt. Schill dich. Nachladen, nachladen. Weg. Uh, da ist ein Warloader. Wir rennen einfach mal, Junge. Alter, ich kill den Warloader. Easy peasy. Noch nen Einschuss. So, weg. So, die Drohnen. So. Fick Drohnen, ey. So, alle gekillt. Dann kannst du sagen, ich sterb oft, aber andere öfter. Da landen grad ein paar Viecher. Ich weiß, ich bin schon durch. Ist ja klar. Ich muss da durchlaufen, oder? Durch das eine Abschlussfeld. Einfach rennen. Einfach rennen. Ich find dich ja lustig. Was haben wir denn für ein Problem? Achso. Ich hab keine Munition. Noch 45 Schüssen der Sniper. Wie geht denn das Geschütz nicht am Arsch, Alter? Ich hab da dreimal raufgeknallt mit der Rakete. Wuhu. Geknallt. Geknallt. Das ist ein Scherz. Scheiß Iron Loader, ernsthaft. Verreck. Drecksack. Die Reparatur-Bot-Fanate. Scheiße, meine Fanate füllt mich. Wie ich's gesagt hab. Danke, Ingenieur. Constructor. Hier liegt live für dich, wenn du willst. Ich bin full live. Alter. Da oben ist Constructor. Okay. Iron macht Flammenschaden. Ja, wer macht Flammenschaden? Wo liegt der Constructor? Der Warloader. Und wo ist ein Constructor hier? Der Schütz kaputt. Oben. Auf der obersten Etage. Der Schütz kaputt gemästert. Ich bin kaputt. Ich bin gleich wieder da. Okay. dieser blöde Borderlands Nachteil, dass man immer Geld zahlen muss. verrückt aber ist er da ich balle einfach mal drauf was das ist gut was der Munition ich balle einfach drauf oh, drückt nicht ich leide mal hoch, ne? wie kommt man da hoch? ah, da ist ne Treppe doch, da ist ne Treppe erstmal looten achso, da hoch? ja lassen wir die Sniper-Hunition Alter wenn ich die einsammel, kriegst du die auch wirklich? ja natürlich, immer hier ist ne Ding, ähm ja, hier ist ne Badass Constructor immer noch aber jetzt muss ich ein paar mal paar Sachen werfen du kannst ihm sein Leben angucken, wenn du willst sieht nicht, ähm nicht ungeil aus kann ich was? nicht ungeil aus, müsste es mich wieder beleben wach, Big danke keine Muni mehr na komm, jetzt er will ja, ich hab schon alles gelootet oh, lol der Warlord hat mich gekillt warte, 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 warte oh shit, kannst du mich heilen, schnell aus der Entfernung danke absteht, ich übernimm den ach der hinter mir weg nicht nachladen, uncool redium ich krieg schon seit immer, wenn ich die Muni nehme, kriegst du die auch nach kurz lang der war hier oben lang, ne hm, ja nur wenn du ich kaufe, dann kriegst du sie nicht da kannst du auch ein wenig looten hier, ne und live kriegst du auch nicht von mir ähm ganz locker klasse bin da, bin da, bin da ganz locker, ganz locker dann guck ich's mir mal an so, wir haben, wir haben, wir haben wir haben ladegeschwindigkeit, magazingröße ok halt hab ich ihn drauf achso ne, nicht gut äh, Tür ist auf auch nicht gut ne bullshit ja, easy nein ja ja Ja.